und das öffnen ist wirklich easy einfach die beiden teile auseinander klappen ihr seht schon das wird hier verhakt mit so einem einfachen technik pin der hier in so einen technik baustein einfach nur reingeklippt wird und ja ganz einfacher mechanismus und dann entfaltet sich hier schon die schönheit des quickie martes des marktes und ihr seht da steckt eine ganze menge drin da gehen wir gleich noch mal rein im detail hier oben dieser dachbereich mit dem dachgarten der lässt sich ja einfach rausziehen ist dann hier solche platten die dann verbaut wurden da kann man das mal sehen drei so lange platten und ja den kann man eben komplett rausholen dann hat man auch eine bessere möglichkeit hier rein zu greifen und da kommt auch mehr licht in das ganze also das legen wir zur seite und hier gibt es wirklich so viel zu sehen freunde wir legen aber direkt noch mal mit den minifiguren los und da hinten kauft gerade humor sein bier ein und dann schnappe ich mir den mal und wir fangen mit humor simpsons an und schauen uns den noch mal hier im detail an wie er denn so geraten ist und schauen wir mal hier die augen die schwachpunkte generell wie sehen bei ihm die augen aus gar nicht mal so übel wenn man genau hinschaut da ist das weiß recht kräftig geraten nicht ganz perfekt gedruckt hier oben aber da kommt man gut mit klar ich finde den humor den haben sie ganz schön hier bedruckt auch seine zwei haare auf dem kopf hat er und natürlich auch die an der seite also ja da habe ich gar nicht zu meckern auch hier sein hemd sieht ganz ordentlich gedruckt aus im vergleich zu den anderen auch nicht perfekt aber ja passt schon passt schon sein bäuchlein ist angedeutet und ich würde sagen die figur des humor hier die gefällt mir gut den haben sie ganz gut hinbekommen da hinten läuft march auch rum und die schnappe ich mir mal denn die schauen wir uns jetzt natürlich direkt auch mal an marx simpson ihr seht schon die blaue trumpfrisur ja schön getroffen alles schön bedruckt hier in blau sie hat schicke wimpern und auch die augen ja ein bisschen unsauber mal wieder auch das weiß nicht ganz so kräftig aber geht in ordnung vorne noch mal ihre halskette an den seiten hat sie natürlich nicht sondern hat sie hier ihren korb eben her ihren stoff rock und ja der ist ein bisschen freizügig geraten für dich mal sagen ich habe den also nicht wirklich so zusammen bekommen deswegen habe ich hier den korb an die hand gegeben damit ich hier keine probleme kriegt wegen nudismus oder sowas mit chief rhythm der da hinten steht also der rock der könnte etwas schöner oder länger sein dass er hier wirklich mal um die ecke rum kommt aber ja dann kriegt sie halt den korb in die hand und dann ist auch gut so das war march simpson und hier hinten steht auch schon unser chief wiggum unser ordnungshüter ich bin das gesetz und wo sind die donuts und das ist wirklich eine schöne figur schaut ihn euch an total versaut ist er hat hier seinen seinen donut rest noch im mundwinkel hängen sein shirt ist versaut seine marke ist versaut mit donuts handschellen hat er hier vorne aufgedruckt also wirklich der druck hier ist echt schön geraten muss ich sagen viele kleine details hier auch auf dem gürtel drauf schön gedruckt auch das gesicht ist schön von der bemalung her der gefällt mir fast doch nicht würde sagen der gefällt mir hier am besten von den figuren der chief hinten hat er nix drauf hier seine mütze die kann man abnehmen schwupps ja dann sieht der kopf aber ein bisschen merkwürdig aus also mütze besser auf lassen nach nochmal hier reinstecken mit den pins also keine normale mini figuren kopfform die er oben hat und natürlich hat er hier noch seinen schlagstock womit er dann recht und ordnung durchsetzt wenn er snake hier hinterher jagen muss wenn er das schafft also der ist echt schön chief wiggum der gefällt mir sehr gut okay leute gehen wir doch mal hier durch den markt durch ich fange auf der rechten seite an da sehen wir haben wir einige boxen hier stehen mit den stickern hier wo drauf geklebt wurden mit power source ich kann mich an diese folge jetzt gar nicht mehr genau erinnern kam bestimmt in einer folge vor wo hier die power soße ja eine rolle gespielt hat auf jeden fall noch schön hier oben haben wir einen aufkleber auf dieser großen fliese von rainier wolf castle ist ja so das lego pendant zu arnold schwarzenegger wenn ich mich da recht entsinne der aufkleber ja ist eigentlich ganz schön allerdings könnte ein bisschen kräftiger von der farbe her sein also der wirkt etwas blass und ja man sieht es ist auch noch mal die lego version oder die leppin version hier von rainier wolf castle und hier unten haben wir den werbe aufdruck dann auch noch mal power source auf so einer etwas länglichen fliese mit aufkleber ja also schöne kleine details hier oben übrigens haben wir dachfensterchen drin so komm mal her so dachfensterchen da kann man nichts rein machen eigentlich das ist einfach ein bisschen netter aussieht so dann haben wir hier noch mal den personaleingang den wir von hinten schon gesehen haben das ist jetzt also die tür von der innenseite mit aufklebern hier mit diesem gitter und keep out und wenn man es öffnet kann man auch noch mal reinschauen etwas dunkel man kann hier hinten die maus erkennen und ja das mauseloch habe ich euch von außen ja eben schon gezeigt also da haben wir nichts großartig neues hier haben wir ein kühlregal und die finde ich echt sehr schön natürlich kann man die türe öffnen und wenn ihr dann mal mit reinschaut was da alles drin ist haben wir da unten bass cola schöne bedruckte fliesen und guck mal ob ich eine raus ich bekomme so keine raus aber ich zeige euch hier von der seite mal da könnt ihr das hoffentlich sehen dass hier sogar oben der verschluss der dose aufgedruckt ist auf eine einmal einser fliese also wirklich macht einfach spaß das macht beim zusammenbauen schon spaß wenn man diese ganzen schicken kleinen details dann hier sieht dann hier oben noch angedeutet andere keine ahnung safttüten milchtüten und irgendwelche anderen lebensmittel auf jeden fall das regal gut gefüllt klappe noch mal zu und dann gehen wir noch mal etwas weiter rum und ich muss mal das licht umstellen damit wir hier auch eine ordentliche beleuchtung drin haben denn es gibt ja noch viel viel mehr zu sehen ihr seht noch mehr regale und ich fange mal hier mit an die kann man nämlich rausnehmen diese regale hier und da ist auch eine ganze menge an wunderhübschen kleinen details hier rein gebracht ihr seht schon hier diese packungen die sind nicht beklebt die sind gedruckt das ist auch richtig schön so hier unten haben wir hundefutter ja und das ist auch extra alles hier so schräg angeordnet steht genauso in der anleitung drin damit es einfach ein bisschen ja realistischer wenn man das so sagen kann aussieht das hier ist übrigens wieder ein aufkleber hier dieses sale das muss man aufkleben auf diese platte dann haben wir hier ja keine ahnung irgendwelche cremes oder sowas oder oder konfinein bestimmt marmelade konfitüre wird das hier sein ja genau und hier unten haben wir noch mal das obst das sind ja so lose teile die da reingelegt werden einfach hier unten ins regal bananen und äpfel in rot und in grün gehen wir weiter rum dann finden wir auch noch mal ganz ganz süß hier unten die cross die cerealien die cross die cornflakes sozusagen das sind auch aufdrucke hier die muss man nicht aufkleben und auch hier oben was ist das noch für ein teil die suppe die suppe das ist auch eine schöne ein schöner druck auch das muss nicht aufgeklebt werden auch sehr schön auch eine schicke detail lösung das macht einfach spaß hier das sage ich euch das macht spaß drauf zu gucken und auch das ganze aufzubauen so hier ist was weg geflogen das muss noch mal hier rein ich nehme es mal ganz zur seite das erste regal denn da hinten haben wir ja noch eins stehen auch das kann man hier leicht rausholen ihr seht die sind nur befestigt hier mit solchen 2x2 jumper plates so dass man die wirklich dann leicht hier noch mal rein klippen kann und die haben dann ihren stand und man kann sie auch rausholen damit man einfach ein bisschen mehr platz hat so aufkleber sale dann da bin ich mir ziemlich sicher das sind parfum flakons die wir jetzt hier sehen hier unten haben wir noch ein bisschen kann man sehen drei paper drei die paar oder wie spricht man aus windeln ja zu deutsch das sind windeln oder oder slip einlagen ich weiß gar nicht genau irgendwie sowas in die richtung auf jeden fall wieder sehr sehr schön gemacht auch hier noch mal ein aufkleber bei sale und hier diese runden einmal einsatz fließen mit irgendwelchen süßigkeiten törtchen erdbeere und sonst irgendein süßes zeugs was man hier sehen kann übrigens sehr schön gebaut ihr seht hier auf diesen auf diesen platten die hier an diese gelenke dran gemacht sind so dass man die kippen kann also man könnte sie kippen man konnte sie kippen bevor hier der deckel drauf war so dass sie dann hier diese schöne schräge anordnung haben macht auch echt spaß sich das anzuschauen dann hier unten haben wir noch mal mehr suppe haben ja hinten schon gesehen da genau dasselbe wieder schön alles aufgedruckt und irgendwelche anderen packungen die hier noch raus schauen und an der seite auch hier noch mal ein aufkleber quickie marti yesterdays food at tomorrow's price naja klingt ja nicht so toll das essen von gestern zum preis von morgen und dann irgendwelche sachen die hier noch dann dranhängen hier angedeutet mit diesen einmal einser plate modified mit diesen diesen haken eben dran die da so rein geklippt werden also das sind die beiden verkaufsregale die wir jetzt da drin haben und wir gehen dann mal weiter denn hier finden wir noch mehr kühlregal sachen auch hier natürlich jetzt wird sie eng für mich kann man alle türen öffnen ihr seht da haben wir frische milch drin stehen hier oben muffins und da unten keine ahnung ketchup oder irgendwelche anderen sachen also sehr schöne viele kleine details und ja hier noch mal irgendwelche säfte die da drin stehen also ihr seht schon das sind ganz ganz viele kleinteile die man hier verbaut wenn man das set zusammenbaut und ja das braucht auch ein bisschen zeit dann allein für die regale hier zu befüllen dann fummelt man da eine halbe stunde dran rum und denkt sich mein gott hat sich ja gar nichts getan aber die details tut mir leid ich benutze das wort detail einfach zu viel aber ja es stecken einfach unheimlich viele drin und hier haben wir noch mal ja das tiefkühlregal und da hat sich ein rentner rein verirrt das ist doch irgendwie der mitbewohner davon abe simpson aus dem altersheim name weiß ich jetzt gerade gar nicht wenn ihr es wisst schreibt in die video beschreibung auf jeden fall doch der ist da irgendwie reingeraten und festgefroren das ist so ein rundes transparent teil wo dieser aufkleber also der alte herr hier ist ein aufkleber von innen dann dagegen geklebt wurde und ja hier reingepackt ja sieht dann ganz nett aus und klappe noch mal zu er soll ja nicht auftauen so hält er sich wenigstens etwas hier oben haben wir dann noch mal eine überwachungskamera schön da kann man gut erkennen an der seite so eine einmal zweierfliese wieder bedruckt wo dann das band zu sehen ist sieht ganz nett aus also damit haben wir schon mal die komplette rechte seite hier abgehandelt übrigens hier oben könnt ihr sehen dass es alles auch mit diesen fliesen verkleidet damit die obere etage hier schön rein gleiten kann die man ja rausholen kann mit dem dach gehen wir weiter auf die rechte seite ich muss noch mal drehen also weiter geht es jetzt hier auf der linken seite da haben wir auch eine ganze menge stehen da haben wir hier so zeitschriften das sind bedruckte zweimal zweier fließen das ist der springfield inquisitor skandal da hat bürgermeister queen wie wohl ein bisschen geld eingesackt wie es aussieht das ist hier ja die schlagzeile was haben wir hier noch einen kleinen flyer schauen wir noch mal da drauf das ist let's be friends wortspiel weiß ich jetzt nicht was das genau zu bedeuten hat aber auch ja schön dass man es hier so dabei stellen kann da sieht das regal doch schick gefüllt aus und wir machen hier weiter das ist ein geldautomat aufkleber aufkleber und bedruckt und aufkleber ja also sieht man schon e bis z money und eben geldautomat hat die leute müssen ja auch irgendwie bezahlen im quickie markt und da schaut mal her hier oben ich hoffe man kann es so sehen das auch noch mal so ein kleiner graffiti aufkleber apu und manjula mit dem herz mit feildursch ja da hat also apu hier seine liebesbekundung zu seiner frau da oben reingeschrieben ich glaube so kann man es einigermaßen sehen ist natürlich auch ein aufkleber den man dann dort anbringen muss so was haben wir hier noch wir haben hier unser ja unseren hot dog stand hier drin das ist so eine alte scheibe oder so eine alte scheibe wie sie aus so kleinen autos wie ich die noch von früher kenne dann verbaut wurde und da liegen dann die einzelnen hot dogs drin die sind wirklich einzeln die kann man rausnehmen und da werden die einfach warm gehalten hier haben wir noch mal den aufkleber oben heat lamp docks also die werden schön warm gehalten wahrscheinlich über tage um tage bis sie verkauft werden und das ist auch noch mal wie gesagt ein aufkleberchen gehen wir weiter rum da kommen wir natürlich zum donut stand ganz wichtig aufkleber auch wieder so ein bisschen schwach in der farbe könnte kräftiger sein und dann haben wir hier sechs donuts liegen natürlich das lieblingsgericht von humor und natürlich auch von chief wiggum sehr schöne sache hinten dran seht ihr haben wir noch mal so ein tiefkühler egal wir haben mit den üblichen befüllungen drin da brauche ich jetzt nicht noch mal genau darauf einzugehen und hier haben wir noch mal unseren kaffeestand der ist auch schön allerdings gab es da ein kleines problem ich nehme den mal raus dann kann ich euch das besser zeigen und zwar sieht er so aus da haben wir also sehr schön hier diese kaffeekannen das sind so transparente minifiguren köpfe einfach mit so einer 1x1 fliese hier drauf mit haken und dann hier so und ich weiß gar nicht wofür das benutzt wird sieht aus wie so ein zahn von einem tier in schwarz ja und schon hat man eine schöne kaffeekanne draus gebaut natürlich auch noch mal hier die obligatorischen kaffeebecher wo auch hier diese oberteile schön bedruckt sind dass man da wirklich draus trinken trinken könnte also sehr schöne kaffeemaschine ja kaffeestation hatte nur ein kleines problem denn ja hier hinten da kann man sehen da hat ein teil gefehlt also hier müsste eigentlich noch ein teil dran sein das hat gefehlt war jetzt aber nicht allzu tragisch denn ja man stellt es ja doch immer hier rein und dann steht es an der wand und dann fällt das nicht wirklich großartig auf dass jetzt hier ja so ein teilchen fehlt so ein länglicher stein der da eigentlich noch drin war jetzt nähern wir uns hier dem eigentlichen ja hauptarbeitsplatz von apu nämlich das hier ist die kasse wenn ich euch mal hier mit rum nehme könnt ihr sehen dass man hier auch einen bedruckten teil hat wo man die kasse dann sehen kann ich versuche mal rein zu kommen das wird jetzt hier wirklich wirklich eng mit der kamera da könnt ihr das aber sehen das ist also die registrierkasse von apu nebendran haben wir dann ja hier so ein so ein brettchen das ist wieder ein aufkleber mit dem cash hier wo dann die kohle drauf gelegt wird hier haben wir so zweimal einmal zweier fließen zwei stück was die genau darstellen sollen ich schätze mal das sollen servierten sein die werden hier einfach nur reingelegt und die fallen mir ständig raus wenn ich das teil bewege und hier nebendran ja ich schätze mal das ist senf und ketchup und das hier sind servierten und aus irgendeinem grund ist hier unten noch ein donut auf dem boden wahrscheinlich runtergefallen keine ahnung was kann man in so einem laden noch machen man kann natürlich hier lotto spielen und ja hier haben wir die jackpot maschine das ist auch noch mal aufgedruckt der untere teil und oben das mit dem jackpot das ist ein kleines aufkleber hin und daneben das zeige ich euch gleich stehen noch mal so squishy shake dinger drauf denn wir haben natürlich unseren squishy maker den haben wir hier wo man diese tollen shakes dann trinken kann wo man dann frost an dem hirn bekommt wenn das bad und millhouse schon mal öfters gemacht haben hier noch mal ein aufkleber do not accept checks from a chief wiggum reverend lovejoy homer jay simpson homer s simpson wer sind das h jay simpson homer simpson und homer jay von 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 keine ahnung verschiedene namen wahrscheinlich die er schon benutzt hat schöne maschine hier oben das squishy das ist ein aufkleber ja also den muss man hier wirklich trumpf riemeln und schauen dass das einigermaßen dann passt und ordentlich aussieht ist dann alles hier so beweglich gelagert damit man dann diese schräge position hin bekommt und ansonsten sieht sehr schön aus gefällt mir und wenn wir jetzt noch mal rum gehen dann sehen wir hier auch die squishy shake tassen oder becher wo dann der der shake eben rein kommt ja und hier haben wir noch mal einen schönen blick hier an die kassen hinten dran haben wir auch noch mal so schubladen angedeutet sehr schön sehr schön und hier vorne dran da komme ich jetzt mit der kamera nicht dran haben wir auch noch mal da fällt mir alles raus ja zeitungen was haben wir denn da draufstehen bumble man caught in sting also die schlagzeile und ich freue mich einfach mal ein bisschen auf und aus was haben wir hier noch der leppin news in der lego version steht hier der lego news und da hat leppin also respekt blick zum detail der leppen news draus gemacht aber lesen kann man da jetzt nichts wirklich so ich werfe alles mal auf den boden weil mir das sonst zu zu fummelig wird dann haben hier an der seite auch noch mal eine maschine da bin ich mir gar nicht ganz sicher ich vermute mal da kann man auch irgendein getränk rauskriegen saft oder sowas und daneben haben wir unseren bass cola automaten wo man dann seine gute cola auffüllen kann auch hier das ist wieder eine fliese mit aufkleber drauf und daneben das ist noch mal richtig tolles detail was leider gerade nicht so gut zu sehen ist das sind zwei spielautomaten und ja alles was ihr hier drauf seht ist aufgeklebt ich sag jetzt mal nichts dazu wer die simpsons kennt der wird sie sich an diese spiele hier schon erinnern können also da auch wieder viel viel liebe zum detail hier von den lego leuten natürlich die das ganze kreiert haben es macht einfach riesen spaß hier alles zu entdecken hier oben haben wir noch mal oder hier unten besser gesagt sehen wir den eingangsbereich mit zu einem teppich der dort angedeutet ist und ja das welcome ist wieder mal ein aufkleber der da drauf steckt und ihr seht schon die front wie die durchsichtig ist und wie eben schon beim auto erwähnt die scheiben ja haben kratzerchen und sind nicht ganz so toll transparent wie man es von lego erkennt aber geht völlig in ordnung meiner meinung nach ich klappe jetzt mal flott das haus zu denn ich zeige euch noch mal von vorne etwas das ist nämlich von vorne glaube ich jetzt leichter zu erreichen als von hinten ihr seht ich kann sogar mit einer hand zu klappen funktioniert ganz prima einmal flott umdrehen einmal die türe aufklappen denn da haben wir noch mehr zeitungen zeitungsständer und schauen wir uns mal an was wir da noch drin stehen haben einmal das magazin mom monthly mit der tollen rezepten da haben wir noch mal ja die normale zeitung drin die hatten wir eben schon und jan comic comic darf natürlich nicht fehlen mit dem allseits bekannten beliebten und geliebten angry dead also das war ja mal diese comic serie wo bart glaube ich ja seinen vater als vorbild nahm und den angry dead draus gemacht hat also sehr schön und irgendwas ganz kleines haben wir da noch mal drin liegen das ist glaube ich derselbe flyer oder nee das ist ein anderer flyer you are feeling you are feeling also das noch mal zu dem kleinen detail und wenn jetzt hier die obere etage rausgenommen wurde seht ihr wie man hier schön dann auch einen einblick hat sieht es ein bisschen leer aus weil ich ja hier die ganzen verkaufsstände rausgenommen habe aber wenn wir die noch mal reinpacken würden ja dann sieht es so aus unser grundriss vom quickie mart und kann ich euch das set empfehlen freunde oder nicht und ja eindeutig ja jedem lego simpsons fan kann ich das empfehlen und generell der aufbau der hat richtig viel freude gemacht mit diesen vielen kleinen versteckten gimmicks und gags und ich habe immer wieder geschmunzelt und mich gefreut wie hier sachen umgesetzt worden sind hat mir echt einen riesen spaß gemacht dieses set hier zu bauen und ich werde auch noch das normale simpsons haus jetzt bauen damit ich hier alle beiden leider gibt es ja nur diese zwei sets die lego da je umgesetzt hat und lebin dann freundlich nachgebaut hat das werde ich auf jeden fall auch noch bauen weil die gehören einfach zusammen und ja ein riesen spaß und bis auf das eine fehlende teil oder die zwei von der rückseite und die falschen farben die hier am dach so verdruckt waren oder falsch dabei lagen war hier wirklich auch alles dabei und kann man echt machen freunde kostet so 75 euro ich werde euch das ganze hier unten in der video beschreibung verlinken dort könnt ihr zuschlagen direkt bei aliexpress dauert zu 23 wochen bis es dann bei euch ist das set und da könnt ihr wirklich einen riesen bauspaß mit haben wenn ihr meinen bauspaß noch mal sehen wollt klickt mal in das video mein aufbau video hierzu da könnt ihr sehen wie das so entstanden ist ansonsten sage ich vielen dank fürs zusehen und alle weiteren videos um das thema lego und lebin findet ihr in der lege und lebin playlist verlinkt in der video beschreibung das wäre es jetzt aber macht's gut und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal